Bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hier auf meinem Kanal, wir spielen wieder eine Deathrun Map. Wie heißt sie? Hurt 100 Easy Level Deathrun. Es ist irgendeine Valentins Map, die ich gefunden habe. Und ich dachte mir, warum nicht? Es steht da, es gibt wieder gratis XP für den Battle Pass. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Hurt 100 Easy Level Deathrun. XP-Belohnung wird sogar links groß angepriesen. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, starten wir in die Runde. 100 Level, da bin ich mal gespannt. Was? Ich muss mich erstmal ganz kurz umgucken. Eine Münze zum VIP-Level anlocken. Okay. Duell Level, lol. Das ist cool. Aber ich will da lang. Was habe ich denn jetzt gemacht? Egal. Nächstes Secret bringt große XP. Okay. Bin ich gespannt. Ich hoffe, ich übersehe die Secrets aber hier auch nicht. Bis jetzt gab es noch keine XP. Ihr wisst ja, ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute XP anpreisen und dann gibt es die nicht. Beziehungsweise, wenn bei einer Map steht, äh, ja, hier, es gibt gratis XP. Und dann gibt es keine, sowas mag ich halt überhaupt nicht, wenn Creator sowas machen. Aber hier gibt es XP tatsächlich. Nicht viel, aber immerhin. Besser als Guanyx, würde ich sagen. Kann man sprinten? Man kann nicht sprinten. Okay. Ähm, hallo? Ähm. Alter, was war denn das? Ich hab's für's Tray geschafft. Cool. Oh, hier ist sogar mit Stop eingebaut. Das ist nice. Ähm. Und hier auch. Sehr schön. Das ist jetzt mies. Oder auch nicht. Ich hab's geschafft. Warte mal, sliden? Ah doch, es geht. Wui. Nein. Ich wollte euch zeigen, wie es nicht geht. Hä? Wo ist denn jetzt hier los? Hallo? Okay. Da haben wir's geschafft. Aber ich vermisse immer noch diese Secrets. Ähm. Okay, das Messie sieht man gar nicht, wo's aufhört. Oh, nein. Nein. Entschuldigung. Ich wusste, dass das nicht aktiviert. Aber hier oben ist die Secrets drauf, ey. Und das geht noch weiter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich hab's geschafft. Ne, Secret war nicht drauf versteckt. Schade eigentlich. Ich frag mich, wann die kommen. Und bei welchem Level bin ich. Das würde mich auch mal interessieren. Okay. 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 Ich weiß nicht wie. Ich hab's geschafft. Voll cool. Die Map gefällt mir bis jetzt echt richtig gut. Hier ist Secret. Ich hab ein Teddybär gefunden. Krieg ich jetzt was? Muss ich hier tanzen, ne? Nein? Okay. 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 2400 EP. Nice. Nice. Ach du Scheiße. Oh, hier weiß man wieder nicht wie die Hitboxen sind. Okay. Okay. Oh. Komm ey, boah, das schaffen wir doch hier. Nein! Okay, dann renne ich halt langsam drüber. Oh, 5000 RP gutgeschrieben bekommen. Nice, nice. Warum baut jeder in seine Maps einen Slalom ein? Was bringt euch das? Das ist doch für die Katz. Weil das hört einfach nicht mehr auf. Doch, hier. Nein. So sollte man es nicht machen. Aber so. Okay, das ist mies mit der Decke drüber. Da ist schon wieder 5000 RP erhalten. Nice. Hi. Hi. Da ist doch was drunter. Hä? Da leuchtet was drunter. Hä? Wie macht man das auf? Was leuchtet denn da? Da ist eine Münze drunter. So. Lol. Okay, auf die Gabel darf man nicht. Hä? Hä? Ich will, dass das aufgeht. Ich will dann die Münze ran. Ach du Scheiße, komm ich doch gar nicht mal hoch. Äh, ich muss mich sterben lassen, dann komm ich nicht mal hoch. Nein. Was war die Decke? Nein. Was war die Decke? Nein, ich rutsche von dem scheiß Messer immer runter. Ah, wartet mal. 14.000 E.P.? Geil. Aber warum ist das da hinten nicht aufgegangen? Und schon wieder Slalom So sollte man es nicht machen Man sollte springen Ungefähr so Nein, 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 nein Ich habe festgestackt, nein Okay Wenn ich runter soll, gehe ich runter Kommen wir jetzt zu der Invenze hin 60 Level haben wir schon Da gab es wieder 4000 EP Ach du Mach nicht diesen Ich habe es geschafft Ja, das ist irgendwie auch in jeder Mensch mal drin 5000 EP, nice Also XP technisch gibt es hier Sehr gut EP Da kann man sich tatsächlich mal nicht beschweren Hier ist wieder eine große Münze Wieder 5000 EP, nice Und ich habe einfach mal Instant ein Level ab Und ich habe nicht gesehen Was ich gerade gemacht habe Jetzt muss ich wieder warten Bis die Eisschuhe weg sind Welchem Level waren wir jetzt? Irgendwie war mir das klar Bitte nichts dazu schreiben Sollte vielleicht auch da hochkommen Ich versuche das hier anders Ich versuche das hier anders Ich mache das so Ähm Wir sind durch Wir sind durch Wir sind durch 14 Münzen habe ich aktuell 14 Münzen habe ich aktuell Komm wir sammeln noch ein paar Guck mal an Für die die jetzt auch einen Krebs bekommen Es tut mir nicht leid So Ähm Wie war das eine Münze VIP Level Yo Kommt jetzt machen wir auch noch Experten Level Okay Vorderweg Wenn ich das Level nicht schaffe Quitte ich das Sag ich gleich mal so wie es ist Ich habe das nicht berührt Oh nein Warte mal Das ist hoffentlich nicht so was Oh Hier gibt es keine Checkpoints Sonst kann das sein Oh bitte Wie soll ich das schaffen Na es gibt keine Checkpoints Ach man Na ja Ich würde sagen Experten Level Dürft ihr selber herausfinden Wie es ist Und Ich war noch mal kurz hier dran Und wenn euch die Map gefallen hat Im Map Code gibt es eine Videobeschreibung Könnt ihr gerne selber spielen Und ansonsten Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag Und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video Bis dann bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye bye Bis dann Tschüss Bis dann Dann somebody never stop.